Ich nehme täglich Nahrungsergänzungsmittel zu mir und was bei mir nicht fehlen darf, sind auf jeden Fall die Ese-Fischölkapseln. Ich habe jetzt hier einmal das Multivitamin, gibt es aber auch noch in zwei anderen Varianten. Bei den Multivitamin habt ihr einfach nochmal zusätzliche Vitamine für euren Körper. Ganz wichtig ist vor allem bei den Omega-3-Kapseln, dass der Körper das nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir müssen es über die Nahrung oder halt auch über die Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen. Die sind nämlich auch ganz, ganz wichtig für sämtliche kognitive Prozesse oder für auch andere weitere Stoffwechselvorgänge im Körper. So, ich zeige euch jetzt mal, wie diese Soft-Jelly-Kapseln denn aussehen. Die werden nämlich in so einer Verpackung geliefert und sind auch luftig verschlossen für jeden Tag. Ganz wichtig ist, jeden Tag auch eine zu nehmen, damit ihr den täglichen Bedarf decken könnt. So, ihr könnt dann halt täglich eine Soft-Jelly-Kapsel hier rausdrücken. Komm schon. So, und habt dann so eine orangefarbene Soft-Jelly, die ihr dann bekommt. Die schmeckt super lecker nach Gummibärchen tatsächlich. Also keineswegs nach Fisch. Deswegen ist es auch für Kinder so beliebt, weil es halt einfach lecker schmeckt. Ihr könnt es ganz leicht kauen oder auch lutschen im Mund. Das ist gar kein Problem. Und ja, deckt den täglichen Bedarf, den man einfach braucht. Also probiert es gerne selber.